Spieler, Trainer, Nachwuchschef, ein Sportlerleben mit und für den 1. FC Nürnberg. Im Club Talk sprechen wir heute mit Michael Wiesinger auf Frankenfernsehen und CFTV. Michael, servus. Ein Leben für und mit den 1. FC Nürnberg. Ist das richtig? Kann man das so ausdrücken? Ja, so hochheben würde ich mich da jetzt nicht. Ich hatte natürlich das Glück, als junger Spieler hier beim 1. FC Nürnberg Profi zu werden. Man wächst ja über die Jahre dann mit in so einem großen Club und kann da auch seinen Teil dazu beigeben. Da würde ich eher das ein bisschen demütiger angehen. Ich bin jetzt ein Teil des Ganzen wieder, darüber freue ich mich total. Und für mich gilt immer, dieser Club steht über allem. Also das ist einmal die wichtigste Maxime, finde ich, um auch hier zu arbeiten, das auch zu akzeptieren. Und ich glaube, dann kannst du auch hier so ein bisschen auch deinen Stempel hinterlassen. Es ist gerade schwer, den Stempel zu hinterlassen. Klar, Corona steht über allen. Jetzt bist du Leiter im NLZ. Wie schaut dein Arbeitsalltag gerade aus? Wahrscheinlich auch komplett anders. Ja, Homeoffice. Also das Interview ist jetzt eigentlich hier eine Ausnahme. Wir versuchen natürlich, die Mitarbeiter schon zu überzeugen, ihre Arbeiten zu Hause zu machen. Das wird auch so umgesetzt. Bei uns ist es manchmal natürlich auch nicht ganz so einfach, weil wir natürlich auch Internatsspieler haben, die dann auch betreut werden müssen, sollte dieser Schulalltag wieder losgehen. Also wir versuchen halt auch viel über Zoom, über Team, Online-Meetings zu machen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir haben mittlerweile auch so eine Routine entwickelt. Auch richtig gute, soll ich sagen, richtig gute Events organisiert, Weihnachtsfeiern organisiert. Alles über Zoom, wo plötzlich 30 Menschen vorm Laptop sitzen, jeder zu Hause. Wo wir aber gemerkt haben, wie wichtig das ist auch als Club, als Nachwuchsabteilung, auch Kontakt zu den Jungs, zu den Eltern zu halten. Das kam super an, muss ich selber sagen. So einen Abend auch mal zu genießen, mal wieder zu plaudern. Keine Ahnung, konnte man sich ja bis vor einem Jahr gar nicht vorstellen. Und ich denke schon, dass wir da eine große soziale Verantwortung haben, auch da dran zu bleiben, nicht locker zu lassen, den Jungs zu signalisieren, hey, wir als FCN, wir sind da beständig, wir sind nachhaltig, wir haben immer mal wieder kreative Ideen. Und da habe ich Gott sei Dank sehr, sehr, sehr gute Mitarbeiter, die sich da wirklich Tag und Nacht zerreißen und immer wieder neue Ideen kreieren, was mich manchmal selber erstaunt. Und ich bin mittlerweile voll drin in diesem medialen Alltag sozusagen. Die Digitalisierung, was ist denn gerade möglich? Das Größte für einen Fußballer ist natürlich, wenn er am Rasen kicken kann. Was dürft ihr, was dürft ihr nicht? Ja, das ist schon, haben wir gestern auch festgestellt in der DFB-Tagung, dass es deutschlandweit sehr unterschiedlich gehandhabt wird, dass diese behördlichen Vorgaben, wir haben hier unsere Spieler, die sozusagen dem Beruf Fußballer nachgehen, den Vertragsspieler sozusagen, haben wir eine Trainingsfreigabe und das setzen wir um mit einer relativ überschaubaren Gruppe von Spielern. Wie schwer ist es jetzt, Talente zu fordern und zu fördern, den Kontakt zu halten und vor allem auch neue Talente zu finden? Ja, sehr schwierig, weil wir natürlich wie jeder andere aktuell nicht auf den Plätzen präsent sind. Wir können keine Spiele schauen, finden ja kaum Spiele statt oder gar keine im Moment. Ja, nicht leicht. Also du versuchst natürlich trotzdem, so die Jungs, die wir über die letzten Jahre in unserem erweiterten Kreis hatten, da Kontakte zu halten, erste Gespräche auch über online zu führen, sich auch da kennenzulernen. Teilweise muss man sich das so vorstellen, dass wir halt, was weiß ich, am Dienstag haben mit Eltern, Spieler, plus natürlich unsere beteiligten Mitarbeiter, jeder zu Hause da sitzt und versucht halt, den Club über dieses Medium halt zu transportieren und ja, auch unsere Argumente zu liefern und dann vielleicht im Sommer den einen oder anderen Jungen hierher zu holen. Aber es ist natürlich für alle im Moment schwierig und es ist auch noch nicht vorhersehbar, was das für diese Jahrgänge, die jetzt im Moment unter diesem Coronavirus leiden, sportlich gesehen in ihrer Entwicklung, was die Folgen davon sein werden. Es gibt ja keine Erfahrungswerte. Gibt es für dich da den Moment, wo man sagt, okay, mit dir kam vielleicht auch eine neue Philosophie, dass man mehr auf die Jugend setzt, aus einer Not vielleicht einen Tugend macht, wenn die finanziellen Mittel nicht so da sind, bedient man sich lieber aus dem eigenen Nachwuchs. Stockt das dann eher oder kann man Projekte wirklich auch konkret weiterentwickeln? Das ist natürlich schwer. Naja, für mich ist es natürlich auch wichtig, jetzt gerade mit Dieter Hecken kann natürlich jemanden, der eine Strategie hier entwickelt, wo ich auch involviert bin, dass man sich Gedanken macht, okay, wo steht der Club vielleicht in fünf Jahren oder wo wollen wir stehen, fußballerisch, was wollen wir für einen Fußball spielen, wo soll es hingehen? Und natürlich spielt die Jugend natürlich eine große Rolle. Ob sich das mit mir jetzt geändert hat, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, wenn man sich Gedanken macht, jemanden zu erholen mit der Erfahrung, mit den Erfahrungswerten, dass das natürlich schon auch dann Gehör findet. Das Gefühl habe ich auch, dass wir hier dem LZ schon so ein Prädikat verleihen, wie wir hier arbeiten, nämlich hart, authentisch, ehrlich und wir nicht den klassischen Fußball neu erfinden wollen. Das ist schon so, finde ich, ein Attribut, das zu uns passt. Trotzdem kann man ja innovativ sein auf einer gewissen Art und Weise. Und ja, das geht vielleicht schon ein bisschen mit mir einher, dass man das ein bisschen mehr noch untermauert hat, würde ich mal sagen. Aber ja, im Fußball ist es schon wichtig, dass man, das habe ich ja vorher gesagt, dass man einfach eine gewisse Philosophie hat. Die sollte am besten personenunabhängig sein und dass der Klub einfach für was steht. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Du hast deine Erfahrung angesprochen als Spieler, Trainer, viele Funktionen gehabt. Was braucht für dich ein Fußballer, ein Jugendlicher, dass er den Durchbruch schafft? Egal, ob es jetzt zweite Liga oder vielleicht sogar erste Liga ist. Ich würde sagen, Talent allein reicht nicht aus. Na ja, es sollte zumindest vorhanden sein. Ich glaube, wenn so ein Junge mit sechs, sieben, acht Jahren überhaupt kein Bedürfnis halt mal rauszugehen, zu kicken, ich glaube, dann wird es schon mal schwierig, wenn er zum Training so mehr oder weniger gepackt werden muss. Ich glaube, das ist schon mal ungünstig. So ein gesunder Eigenantrieb kann auch nur aus eigenen Erfahrungen sprechen. Tag ohne Fußball war ein verlorener Tag. Das ist heutzutage oft schwierig, weil die Jungs natürlich Verlockungen unterliegen. Das hat sich ein bisschen geändert. Wir kannten damals kein Tablet, kein iPhone. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber wahrscheinlich ähnlich. Es gab halt mal, ja, irgendwann kam halt mal die Tennisphase, wo man gesagt hat, okay, jetzt schauen wir uns mal Tennis an. Aber dann war sofort wieder bei mir zumindest der Fußball da. Und da müssen wir, glaube ich, im Moment ein bisschen aufpassen. Ja, das merkt man schon. Es ist ja schon so ein Wettbewerb. Wie machen wir uns noch attraktiver? Ja, manchmal denke ich mir eigentlich, die sollten uns ja die Tür einrennen, ja, weil wir sowieso ein toller Club sind. Aber das ist schon so, dass man sich da viel einfallen lassen muss. Dann nochmal am Ende, so an der Spitze, sage ich U19, U21, sage ich trotzdem immer, geht es darum, Eigenmotivation, jeden Tag hart zu arbeiten. Einfach so Dinge, die sich immer für mich so einfach anhören. Aber du musst es halt doch verinnerlichen. Du musst trotzdem jeden Tag rausgehen, versuchen besser zu sein. Ja, vielleicht mal bereit sein, einen anderen auch mit deinen Qualitäten auch zu verdrängen, um den Platz einzunehmen. Das ist ein Haifischbecken. Ja, das wird es immer bleiben. Das war in den 90er Jahren so, das ist jetzt so. Ja, wenn du nicht aufpasst, kommt der Nächste. Und das ist halt auch ein bisschen Profi-Zirkus. Und da braucht es schon einen guten Mix. Und für mich ist halt trotzdem immer so dieser allerletzte Wille, sich für so ein Team auch zu opfern, bleibe ich dabei. Das sind für mich immer so gute Dinge, wo auch so der Kreativspieler, glaube ich, gut damit fährt und wo er besser zur Geltung kommt. Also hier jetzt speziell beim 1. FC Nürnberg. Und ich muss ja oft immer auch, wenn man so ein bisschen Geschichten hinter den Topstars hört, die glaube ich einfach auch, weil ich es auch schon gehört habe, dass man oft dann so hört, so ein Ronaldo ist in der täglichen Arbeit einmal immer der, vielleicht der als erstes kommt, der als letztes geht, der was tut für das, was er ist und unermüdlich an sich arbeitet. Und das ist doch eigentlich, das müsste jedem ja förmlich ins Gesicht springen, dass dem nie was zugeflogen kann, sondern dass der einfach hart an seinen Qualitäten arbeitet, um die auszubauen und es beständig auch liefern zu können. Und ich finde, das ist immer die wichtigste Botschaft. Sei nie zufrieden. Sei nie irgendwo, denke nie, dass du irgendwas schon erreicht hast, sondern mach immer weiter. Und das ist, glaube ich, für uns ganz wichtig, dass wir solche Jungs kriegen. Das ist ein harter, steiniger Weg und nur ganz wenige schaffen es. Wenn man jetzt mit Dieter Hecking sich zum Beispiel unterhält, dann fällt immer automatisch der Name Michael Wiesinger. Wie ist euer Austausch da zusammen? Ist es ein enger Austausch? Er hat gesagt, du bist ein ganz enger Vertrauter auch für ihn. Ja, also ich habe den Dieter ja kennengelernt, als ich hier U23-Trainer war. Damals war es ein U23. Und ja, auch gemerkt, dass es halt einfach auch ein Vorbild ist. So wie ich auch gesehen habe, dass er auf so eine menschliche Art, okay, wenn Dieter reinkam, war es automatisch erst mal auf Spannung. Ja, das war halt so. Ja, weil er natürlich auch was erlebt hat, also von seiner Ausstrahlung. Das war für mich schon so jemand auch, der aber auch mal, keine Ahnung, der einfach zugehört hat, der mal ein bisschen hinter diese Fassade geblickt hat, einfach mal zugehört hat, wie es dir auch so geht. Und das habe ich schon damals auch mitgenommen. Aber so stelle ich mir schon das vor, so als Trainer zu arbeiten. Das waren so meine ersten Berührungspunkte. Der Dieter war dann relativ schnell weg in Wolfsburg. War jetzt für mich damals auch nicht so schlecht. Ja, aber seitdem immer mal wieder einen losen Kontakt gehabt. Und mir war klar, wenn er in der Position zurückkommt, dass wir da einen E-Mail haben, der für eine klare Strategie steht, der für eine klare Struktur steht, der genau weiß, was er will und der auch diese Anpacker will, Leute, die machen, die Verantwortung übernehmen. Und von daher war für mich schnell klar, dass ich da auch eine gute Rolle spielen werde. Das macht mir total Spaß, hierher zu kommen und das Ganze mit anzuschieben. Auch jetzt, sage ich mal, in den schwierigen Zeiten. Das ist manchmal schon, müssen schon die Augen öffnen und wissen, was Corona noch bringen wird. Es geht ja nicht nur um die aktuelle Situation, sondern natürlich auch, was die nächste Saison bringen wird für uns alle. Aber da jemanden zu haben, an dem man sich auch mal aufrichten kann, sage ich jetzt einfach mal, wo man weiß, ey, da kommt Gegenwind und da kann man sich mal dagegen stemmen zusammen. Und das Gefühl habe ich einfach bei ihm und deswegen kann ich den Ball eigentlich nur zurückspielen. Also ich fühle mich hier im Moment sehr, sehr gut aufgehoben. Aber wir wollen bei den Profis nicht so ins Detail gehen. Wie verfolgst du trotzdem die Profimannschaft mit Robert Claus, noch jüngeren Trainer bekommen? 36, du 48, ist das auch schon eine andere Welt? Ja, es ist schon auch wieder eine andere Generation. Ich denke auch öfters nach, wie lange ich jetzt auch schon wieder so in diesem Trainergeschäft dabei war. Die Zeit vergeht rasend schnell. Allein zu überlegen, wann ich hier das letzte Mal dieser Cheftrainer war, ist für mich eigentlich gar nicht mehr so präsent. Also ich denke eigentlich wenig darüber nach, aber das zeigt einfach, dass jetzt schon wieder die neuen Generationen nachkommen. Robert natürlich dazugehört. Ja, was die Profis betrifft, habe ich es immer so für mich gemacht, dass ich mich um die Dinge kümmere, die ich beeinflussen kann. Und das ist der Nachwuchs. Und da kann ich meine Meinung dazu abgeben. Alles andere gucke ich natürlich auch, weil es mich interessiert, weil ich mit Fleisch und Blut Klubberer bin sozusagen. Natürlich auch mich freue über jedes Erfolgserlebnis, das wir zusammen haben. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, beim Club Leute zu haben, die sich ja füreinander freuen. Und er hat für mich auch, oder am Anfang, wo ich ja bei diesen Gesprächen auch dabei war, die da hat mich ja mitgenommen, und hat mich auch echt total überzeugt. Erstmal von seinem Ansatz, aber auch von dem, dass er uns einfach wirklich gesagt hat, so seine Mannschaftsführung, diese menschliche Komponente auch. Wobei ich immer weiß, in diesem Zirkus wird einem dann oft so ein bisschen immer suggeriert, ey, bist du hart genug? Das kenne ich ja alles. Aber ich bleibe trotzdem dabei. Heutzutage, die nicht in der Kommunikation große Stärken haben, die nicht in der Lage sind, eine Mannschaft mit ins Boot zu nehmen, die nicht authentisch rüberkommen, wirst du auf Strecke, hast du keine Chance. Wenn du was anderes erzählst, als du ausstrahlst, dann, glaube ich, würde dich jeder Profi nach ein paar Stunden schon durchschauen. Und da habe ich beim Robert, so wie er ist, so wie er rumläuft, hier echt ein gutes Gefühl, dass das nicht leicht wird jetzt in der ersten Phase, das war auch klar. Aber auch das, glaube ich, wusste er, weil er natürlich auch ein intelligenter Trainer ist. Und von daher bin ich zuversichtlich. Und das ist auch einer, für den, das habe ich immer auch gesagt, für den geben wir das Feuer sozusagen. Und den verteidigt man auch mal, wenn es sein muss. Und mit dem freut man sich auch, wenn er seine Siege einfährt. Und ich finde, so muss es sein. Und trotzdem kann man ja irgendwo mal miteinander kritisch diskutieren. Und so ist es auch bei uns. Wenn man den Kader anschaut, sind ja auch viele spannende, junge Talente dabei. Wie wichtig ist diese Durchlässigkeit, um auch Talente zu überzeugen, dass man sieht, okay, im Nachwuchs, und dann kann man sich hocharbeiten, dass man dann auch mal bei den Profis landet schlussendlich? Na ja, jeder, der da im Endeffekt jetzt oben im Kader auftritt, ist natürlich für uns wichtig. Das motiviert. Man muss auch schon sagen, dass wir natürlich auch schon hoffen, dass das eine nachhaltige Story wird. Dass wir mal wieder einen haben, der für uns irgendwo ein wichtiges Element dieser Mannschaft ist, ein Stammspieler ist. Das wäre so der Traum. Oder mal einen, der alle unsere Mannschaften durchlaufen hat. Auf sowas wartet man ja immer. Ich glaube nicht nur wir, sondern ich glaube jedes NLZ in Deutschland. Aber schon auch, das hat der Dieter hat mir schon auch klar gesagt, ey, da gibt es auch eine Erwartungshaltung. Wir müssen da im NLZ Qualität produzieren. Das müssen die Jungs sein, die auf alles vorbereitet sein müssen, die dieses Club-Gen verinnerlichen und die natürlich auch bereit sind, gegen Widerstände anzugehen. Und das ist das, was wir brauchen. Es darf trotzdem jetzt keine Traumfabrik sein, sondern sich in diesem Profizirkus richtig festzubeißen. Dafür braucht es was. Und dafür braucht es Beständigkeit. Und natürlich muss man den Jungs auch vertrauen. Klar, sie müssen es auch spüren. Aber ich glaube, im Moment gibt es da bei uns schon Möglichkeiten, wenn man auch immer so guckt, wer im Moment alles im Karre auftaucht, wer Spielzeit kriegt, wie auch immer. Das ist doch alles sehr positiv. Einen Themenkomplex, den erwartest du bestimmt. 11. Juli, glaube ich, war es. Relegation. Das ist schon so lange her. Kannst du mit dem Begriff Club-Retter-Bass anfangen? Du sagst, der Club steht über allen. Welche Erinnerungen hast du da noch? Oder ist es auch schon wieder so weit weg und die Welt hat sich so schnell gedreht? Ja, mit dem Begriff selber würde ich jetzt nicht hausieren gehen. Das bin ich nicht. Weil wir natürlich gemeinschaftlich da, glaube ich, zehn Tage alles gegeben haben. Mit dem Staff, Physio, keine Ahnung, Pressesprecher. Da waren ja alle dabei. Da sind ja hinter der Mannschaft Dinge passiert, wo die Öffentlichkeit auch jetzt vielleicht gar nicht so mitkriegt. Muss auch nicht so sein. Aber jeder hat einen Teil dazu beigetragen, um diese Stimmung nochmal auf den entscheidenden Moment hinzukriegen. Dass es natürlich so ein Spektakel wird, also dass man am Schluss eine Niederlage feiert. Okay, ich verliere jetzt auch nicht gern. Habe ich noch nie. Aber das war natürlich schon ein Moment, der, glaube ich, viele geprägt hat. Weil es natürlich auch die Basis war für das, was jetzt danach passiert ist. Und das wäre ja definitiv fatal gewesen. Und was für mich am wichtigsten war, dass wir da mal einen Moment hatten, wo wir wirklich mal sagen können, der 1. FC Nürnberg in diesem Moment, ich sage es trotzdem, hat jetzt einfach mal zurückgeschlagen. Er war nicht deutschlandweit, wir waren ja omnipräsent. Das habe ich im Nachhinein auch erst erfahren, wie viele Menschen das Spiel geschaut haben. Nein, der 1. FC Nürnberg war, ich möchte das Wort gar nicht ausschauen, war nicht mal der Anführungszeichen, vielleicht weiß, was ich meine, sondern der 1. FC Nürnberg war in dem Fall deutschlandweit einfach mal ein Verein, der gezeigt hat, dass er sich da in letzter Minute rettet, dass der FCN einen Verein hat, ist, der einfach einen Glauben ausstrahlt. Vielleicht auch glücklich, aber Glück haben nur die Fleißigen, meiner Meinung nach. Und das war für mich so, das auf der Heimfahrt, sage ich mal, wo ich immer ein bisschen zur Ruhe gekommen bin, zwei Sekunden lang, wo ich dachte, ja genau, so sieht es aus. Und nicht jetzt wieder rumlaufen und so ein bisschen, ja typisch Club, nein, jetzt geht einfach ein anderes Zeitalter an. Und daran glaube ich ganz, ganz fest. Und ich glaube auch festzustellen, dass wir hier beim Club viele Menschen haben, die genau das transportieren nach außen, die auch die Stärke haben. So etwas kann man nicht einfach reinrufen, sondern das muss man vorleben, da muss man immer wieder auch dahinterstehen. Und das ist, glaube ich, das auch, was wir brauchen. Jetzt einfach mal zu sagen, nee, wir sind wir. Wir müssen natürlich viel tun, um da wieder in die andere Richtung zu kommen. Aber wir haben die Power, wir haben das Potenzial und wir werden das zusammen besser machen. Also so etwas darf auf jeden Fall nicht mehr passieren. Dass es dann gegen Ex-Vereinen ist, ist auch wieder eine Geschichte, die der Fußball schreibt. Da möchte ich jetzt nicht hin. Viele reden von den Glücksmomenten. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, welche Drucksituation das war. Also man hat ja doch schon, ich möchte nicht sagen, des Schicksals des Vereins in der Hand gehabt, aber es hätte große Auswirkungen gehabt. War das vielleicht ein Grund auch für dich zu sagen, ich kann mich jetzt vielleicht mit einer anderen Position noch mehr anfreunden, weil dein Name war auch immer im Gespräch. Es ging um Sportdirektor, es ging um vielleicht die Trainerfrage. Ist das so ein Punkt, wo man sagt, diesen tagtäglichen Druck, du hast es angesprochen, Fußball ist ergebnisgetrieben. Es ist eigentlich völlig egal, was passiert, Hauptsache das Ergebnis stimmt. Ist das auch so ein Ansatz gewesen, wo du gesagt hast, okay, ich will vielleicht auch langfristig planen, Halbwertszeit eines Trainers. Darüber brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht unterhalten. Sind das einfach so Gedankengänge gewesen? Naja, ich habe jetzt die letzten, sage ich mal, zwölf Jahre, dreizehn Jahre, schon ein bisschen was dazugelernt. So ist es nicht, weil ich jetzt immer, glaube ich, relativ reflektiert durch die Welt laufe. Aber ich habe schon gemerkt, oder im ersten Jahr jetzt hier, wie gut die Position auch zu mir passt, wie wohl ich mich fühle, wo ich hierher fahre und eigentlich am Vortag schon wieder getrieben bin, dass ich am nächsten Tag wieder hierher komme. Natürlich immer ein bisschen den Absprach mit meinen Kids, die natürlich auch Zeit brauchen, aber das habe ich vorher nicht so erlebt, dass ich so gerne Nachwuchs mache, irgendwie, diese Abteilung, Mitarbeiter. Und das war für mich schon so ein bisschen eine Grundbedingung. Das gebe ich zu. Also ich bin in Gespräche schon gegangen, ja, zehn Tage Vollgas und alles raushauen, aber danach wieder wissen, wo mein Platz ist. Das habe ich vielleicht so ein bisschen aus dem ersten Mal gelernt. Ja, wie auch immer. Es ist so, ja, dafür ist man ja in so einem Trainergeschäft auch so ein bisschen für sich selber verantwortlich, um mal zu reflektieren und einfach sich selber ein bisschen dann irgendwann mal ein bisschen schlauer zu sein, sage ich jetzt einfach mal. Und das war schon eine Grundvoraussetzung, und deswegen kannst du auch so zehn Tage anders angehen, wie jemand, der vielleicht dann hofft, ja, erwartet dann, diese Position weiterzuhaben. Das gab es bei mir nicht. Deswegen war ich vielleicht in vielen Gesprächen einfach auch relaxter, authentischer. Vielleicht machen wir so ein bisschen dieses, im Fußball, so dieses leck mich am Arschgefühl. Das schadet man mir nicht. Und das hatte ich dann schon, trotz Druck. Und das war mir auch ein Belürfnis, allen auch mal zu sagen, wie es einem da geht. Ja, einfach, ja klar, ist Druck. Was soll ich denn sonst erzählen? An dem Tag, wenn du hier reinfährst und du weißt, im Endeffekt, was dranhängt, wenn du schon hier arbeitest, ja, was willst du dann? Es ist ja logisch, dass du nicht heimfährst und um zehn am Sonntag nach dem Tag dort mal gemütlich einschläfst. Ja, natürlich nicht, weil du permanent denkst, du bist sozusagen on fire. Aber ich finde trotzdem, dass ich dann für mich eine gewisse innere Ruhe habe, dass ich weiß, was ich tue. Ich wusste, ich habe Mitarbeiter um mich rum, die einfach gut sind. Und ich habe noch hinter den Mitarbeitern, engsten Kreis, Mitarbeiter, die uns irgendwie alle unterstützen. Aber die mussten mal wieder ein bisschen ins Boot holen. Das ist halt schon ein bisschen verloren gegangen hier. Also eigentlich komplett. Das habe ich ja selber mitbekommen. Und von daher war es vielleicht jetzt gar nicht so schwierig, mal wieder ein bisschen ein paar Emotionen anzuzünden, aber auch nie irgendwie irgendwann einen Schauspieler zu machen, sondern einfach so sein, wie du bist. Und ich glaube, das ist mir halt gelungen. Ich kann ja gar kein Rezept erklären, sondern einfach nochmal beeinflussen oder konzentrier dich auf das, was du beeinflussen kannst und nicht auf irgendwas, was war, was sein wird. Ja, das ist ja, kann keiner, du nicht, ich nicht. Und von daher war es vielleicht schon ein bisschen eine andere Herangehensweise zu sagen, zehn Tage ist sozusagen der Auftrag. So ein bisschen wie Rambo, ich schaue ja ein Rambo. Das war schon so ein bisschen die Nummer. Rambo, der Auftrag. Halt nicht jetzt hier durchgehen, aber so ein bisschen danach wissen, Job erledigt, so, nach Hause gehen und zufrieden sein. Du hast erzählt, an die Relegation kannst du dich eigentlich nicht mehr so erinnern, das ist ja schon lange her. Bewegte Karriere auch als Profi, Champions-League-Sieger, deutscher Meister, Pokalsieger einiges erlebt, Aufstiege. Wie sehr beeinflusst dich das noch? Ist das noch irgendwann mal, wo man sich gern zurückerinnert an irgendwelche Highlights, Partys feiern, jetzt wo man nicht feiern kann, vielleicht wieder und im Umkehrschluss auch viele Funktionäre erlebt, Trainer, wie sehr prägt es dich noch? Naja, ich merke ja gerade, dass die Generation, mit denen ich jetzt arbeite, also mich jetzt als Spieler gar nicht mehr kennen. Also ich muss ja schon bei meinen Kindern kämpfen, wenn diese Vorstellungsrunde ja meine Kinder schon sagen, du was du, wenn sie es nicht glauben, ja dann graue mich halt irgendwas raus. Ja, da erzähle ich dann schon ein paar Geschichten, damit die wissen, hey, der Papa, das war ein guter Spieler. Aber das ist ja logisch, du kannst hier ja nicht punkten, wenn du den Jungs irgendwas von deiner Karriere erzählst, aber du kannst halt schon punkten, wenn du sagst, dass ich halt einfach gewisse Erfahrungswerte habe. Ja, und das ist, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht verliert in seinen eigenen Storys, die keiner mehr hören will. Die Jungs, die kennen Messi, die kennen Lewandowski, keine Ahnung. Diese Jungs, da brauchen wir jetzt auch nicht irgendwie sich was vormachen, aber man nimmt halt was mit aus Gesprächen. Ich habe das Glück gehabt, richtig erfolgreiche Menschen als Teamkameraden zu haben, in einem Funktionärsebene zu haben. Und das ist so, diese Bayern-Story, die war viel wert. Kahn, Effenberg, wie die alle hießen, ja, Salihamidzic, jetzt Sporting. Mit solchen Typen jetzt noch denkbar? Als Spieler? Ja. Ich weiß, im Zeitalter dieser kompletten Überwachung sozusagen, weiß ich nicht. Nee, glaube ich, könnte schwer werden, aber ich weiß ja, wie sie von ihrer Einstellung waren. Ja, wenn Training war, sage ich mal, am 10, wenn Ampfiff war, dann waren die halt voll da. Und auch bei den Spielen, wenn Spotlight war sozusagen, da wurde halt abgeliefert. Und das ist schon eine Fähigkeit. Wir haben unter der Woche auch viel Gauri gemacht. Da war es manchmal gar nicht so konzentriert, aber die hatten halt wirklich, das war so ein bisschen der Unterschied zum Club, wo wir immer hart gearbeitet haben, wo wir gedacht haben, jetzt haben wir so gut trainiert und kriegen es am Wochenende nicht auf diese Platte. Und bei Bayern war es oft umgekehrt, die ganze Woche ein bisschen, ja, hier ein bisschen locker. Und am Wochenende war wieder ein wichtiges Spiel und 15.30 Uhr stand es nach 10 Minuten 3-0. Ja, das ist halt wahrscheinlich eine andere Qualität. Und über die Jahre halt, ja, echtes Glück gehabt, mit vielen guten Leuten zu tun zu haben. Und das kann man sich schon aneignen, daraus kann man lernen. Es gibt natürlich auch schlechte, es gab schlechte Trainer, es gab schlechte Phasen, wo ich immer gedacht habe, hör mal, was macht der gerade? Aber ich habe mitgenommen, dass man auch das dann durchziehen kann. Auch da muss man nicht immer alles hinterfragen als Fußballer, sondern da muss man einfach mal durchgehen, auch wenn es wehtut. Und nur so wirst du irgendwann zum gestandenen Fußballer. Und das, ja, das war immer so ein bisschen mein Credo. Aber nochmal, jetzt sind es andere Jungs, andere Spieler. Es hat sich verändert, vieles hat sich gedreht. Das müssen wir halt als diese geborenen 70er-Jahre gerade wo ich herkomme, muss man das ja akzeptieren. Dass man schon in der Lage sein muss, so ein paar Dinge auch zu akzeptieren und das auch dann so ein bisschen auch anzuwenden. Ich finde schon, dass das wichtig ist, gerade in der NLZ-Leitung. Zum Abschluss noch, letzter Komplex, Fußball so in Deutschland wird ja sehr kritisch gesehen von der Nationalmannschaft über die Bundesliga, Zweite Liga. Wie bewertest du das? Du bist im Nachwuchs tätig. Ist es in die richtigen Bahnen gelenkt oder muss man sagen, man muss bei allen Widrigkeiten, die jetzt herrschen mit Ablenkungen, mit Corona, einfach vielleicht auch neue Wege gehen, andere Wege gehen? Naja, wir sind ja mittendrin in dem Projekt Zukunft vom DFB. Da wurden wir natürlich als Clubs natürlich auch mitgenommen. Wir hatten hier Besuch, wir haben einen Austausch gehabt. Vieles finde ich spannend. Ich weiß aber eigentlich, dass wir natürlich auch hier gut arbeiten. Man muss nicht komplett alles auf den Kopf stellen. Aber klar kann man sich Gedanken machen, wie bildet man einen Trainer aus? Hat man da ein bisschen was verändert? Da muss man immer direkt den Weg Fußballlehrer an die Spitze suchen oder ob man ein bisschen runter bricht und sagt, hey, gib dem Trainer ein bisschen mehr irgendwo eine Planke, dass sie sich früher mal entscheiden müssen, will ich ins LZ, will ich ein richtig guter Nachwuchstrainer werden oder will ich klar in diese Profi-Nummer rein? Ich finde, das ist ein guter Ansatz und den Jungs, die, die am längsten an den Spielern dran sind, sind halt mal die Trainer. Und wenn du im Nachwuchs, im Jugendbereich einen guten Trainer hast, das wird wahrscheinlich mehr jeder sagen, dann ist das schon mal viel wert. Also da finde ich definitiv ja, Veränderungen ja. Ansonsten, was die Betreuung der Spieler betrifft, ich glaube, Individualisierung wird immer wichtiger. Auch da müssen wir natürlich gucken, wir sagen halt immer trotzdem, wir wollen bei den Basics bleiben, das ist der 1. FC Nürnberg, das zeichnet uns aus, wir wollen es da nicht übertreiben. Ja, da sind wir schon ein bisschen hin- und hergerissen, muss ich sagen, dass wir da glauben, dass vieles in die richtige Richtung läuft. Ja, was die U-Nationalmannschaften betrifft, muss man sich klar überlegen, warum es da nicht so läuft, wie man sich es vorstellt. Auf der anderen Seite, Champions League waren wir jetzt wieder mit dabei, wir haben trotzdem wieder gute deutsche Mannschaften gesehen. Nationalmannschaften, ja, ich höre gerne so ab und zu, wenn wir jetzt Scholl ein bisschen quatschen auf bild.de, gebe ich zu, ja, der kriegt ja dann ein... Der hat ja gerade die Tränenausbildung auch sehr kritisiert. Scholle ist halt einer, der es ehrlich raushaut, der eine Meinung hat und vieles, was er sagt, so ein bisschen, ja, zumindest komme ich ins Nachdenken und sage, ja, er ist halt, ja, im Endeffekt, er verkauft es halt auf dieser Plattform, aber er hat von vielen Dingen auch recht. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen, ja, letztes Mal gesprochen über diese, ja, was die Jungs heutzutage, sie wollen erst diese Wertschätzung, ja, und er hat so ein bisschen gesagt, nee, erst muss die Leistung stehen, nachhaltig, muss man überzeugen und dann, dann gibt es die Wertschätzung und er hat so ein bisschen das umgedreht, weiß nicht, ob du es zu viel gesehen hast, aber das habe ich schon, irgendwie habe ich gedacht, ja, es geht schon so ein bisschen in die Richtung und da müssen wir halt aufpassen, dass man den Jungs, klar, alles Unterstützung zuruft, was man hat, aber natürlich auch schon klar macht, hey, am Ende des Tages liegt es an dir, du musst durchgehen, du musst jeden Tag bereit sein, nochmal, hart an dir zu arbeiten, dabei bleibe ich und das wird sich, glaube ich, auch nicht verändern und, ja, es wird Veränderungen geben, um auf deine Frage zurückzukommen, da werden wir jetzt nicht, das werden wir nicht verhindern, wollen wir auch gar nicht, aber wir müssen uns selber treu bleiben, finde ich, wir sind ein, wir sind auch ein spezieller Club und jeder Club muss für sich so ein bisschen finden, wie er glaubt, dass er seine, seine junge Talente am besten nach oben kriegt und das bedeutet, bleibt bei uns wahrscheinlich immer gleich. Zum Abschluss spielen wir noch Wünsch dir was, wie sieht so deine Vision aus beim ersten FC Nürnberg, wann kann man Perspektive Erste Liga wieder ins Spiel bringen, klar, der Standort ist einfach groß, hat mit viel Tradition, was vielleicht auch manchmal das Problem ist, dass man zu sehr in der Vergangenheit hängt. Naja, Wünsch dir was, im Fußball bin ich wahrscheinlich auch der falsche Ansprechpartner, aber ja, klar, dass wir halt für uns, habe ich gesagt, dass wir einfach eine Strategie zusammen entwickeln und sagen, okay, man kann in einem gewissen Jahr, ich würde jetzt kein Jahr nennen, aber dass wir so vorbereitet sind, um dann letztendlich nachhaltig diese Erste Liga halt anzugehen, mit einer gewachsenen Mannschaft, mit dem natürlich, mit den jungen Talenten, mit einem Fußball, der zu uns passt, der, der unseren Fans gefällt, wo man sagt, hey, frisch, mutig, aggressiv, ja, und vielleicht auch ein neues Stadion, wenn ich jetzt einfach mal wünschte, was sagen dürfte. Ich glaube, um hier so eine Initialzündung mal zu machen, ich gehe wirklich gerne in das Stadion, weil ich auch irgendwo da für mich eine Geschichte entwickeln kann, aber wenn ich so sehe, diese modernen Arenen, was da mit manchen Vereinen passiert ist, Beispiel Borussia Mönchengladbach vor vielen Jahren, die da plötzlich einen Push bekommen haben, das ist schon ein anderes Fußballerlebnis, und ich denke mir, was hätten wir für eine Wucht, wenn diese Fangemeinde enger dran am Spielfeld wäre, und das ist so etwas, wo ich sage, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es so ein Stadion, so ein reines Fußballstadion für den 1. FC Nürnberg, das würde ich echt gerne erleben, da hinzugehen und mir da ein Spiel anzuschauen. Dann hoffen wir mal, dass wir noch jung genug sind und das miterleben, Michael. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, wünsche alles Gute, vor allem Gesundheit und dass hoffentlich bald wieder Normalität irgendwann einkehrt beim 1. FC Nürnberg und in der Gesellschaft. Das war der Club Talk für heute, wir sagen Tschüss und Servus.